Erhören! Ich habe ein Hauptziel markiert! Schaltet ihn aus! Festlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Helikopter! Ein Planer! Er wird der Daumen hochgeist! – Er ist durch den Abstand der Aufstieg! – Er ist durch die Ecke! – Er ist durch die Beine! – Er ist durch die Beine! – Keine Druck! – Er ist durch die Beine! – Er ist durch die Beine! – Und auf die Beine! – Er ist durch die Abstand der Überstieg! Geh! Das scheint feindlicher Helikopter zu sein. Wendlich deiner Position. AZ markiert, findet ihn und macht ihn platt. Einsatz Ziel Alpha wurde dort verletziert. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger genau in seiner Position gesichtet. Einsatz Ziel Alpha wurde erobert. Ich habe einen Fakt. Ich habe einen Fakt. Wir haben die Kontrolle übereinstellt. Wir haben das Ziel brav. 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 Ja. Verwalt, ich will fest! Pfff! So eine Scheiße! Mechanism kann festen und feindlichen Scharfschützen, züglich von hier! Ich habe einen feindlichen Soldaten, südlich deiner Position gesucht! Okay, woher ich jetzt irgendein... Ich habe einen feindlichen Soldaten, südlich deiner Position gesuchtet! Pfff! Pff! Pfff! 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 Das kann doch echt nicht wahr sein! Nee nee nee! Nein!